Vanny, hmmm, es ist sehr ähnlich zu Vanessa und also Bunny. Kaffee süchtig, deswegen habe ich mir noch einen gemacht, oh ja, ja, cool, na da ist ja der Aufzug, das ist ja Luxus, nice, die Musik verfolgt uns, bis in den Tod, ich sag's euch, so, wir waren unter der Fabrik, äh, ja, dazu muss man ja nichts mehr großartiges sagen, war mega lustig, ich bin in den Party passen, Chicos. Äh, da ist der Roxy, ne? Da war Roxy. Hätte mir ruhig jemand sagen können, dass Roxy da auch ist. Ja, das wusste ich nicht. Roxy geht's nicht so gut, ne? Kann das sein? Hier, Eck-Shirt, ey, cool. Na, passt ja. Ähm, ja, gut, aber, warte mal, kann ich hier, muss ich hier irgendwas machen? Ne. Hä? Hä? Bin ich jetzt. Kann ich nicht so wieder klein. Was ist denn das? Ach, Freddy, moin. Okay, ich, ich muss jetzt zu Chicas Ding und mir, da diesen, diesen Party pass holen. Ja, wegen Satz, Roxy, schön, ne? Dann, ey, machen Sorgen, machen sich Sorgen an dich, ja. Ich lau' jetzt mal mit. Mein Bro hier. Ist hier überhaupt irgendwas hier mit drin, ne? Au. Da ist die alte. Ist hier Chicas? Ja. Hier muss ich rein, weil ich hab jetzt so einen Sicherheitspass, heißt, ich kann da jetzt rein. Ja, oder auch nicht. Hä? Komm ich denn da dann rein? Muss ich dann vielleicht mit dem Aufzug dorthin? Aber dann ist ja eher die Frage, was bin ich dann... Bin verwirrt. What the fuck? Hä? Hä? Wo muss ich denn dann hin? Schnee speichern? Ich bin verwirrt. Aber dann muss ich dann, äh... Ich geh nochmal zurück. To diesem Roxy-Ding. Oh, fuck my life. Das ist Monty. Komm ich da noch hin? Ja, 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 ja. Krieg ich hin. Fuck, krieg ich nicht hin. Da komm ich nicht mehr rein. What? Der erschreckt mich? Really? Oh! Was machst du denn da? Passte aus, ey. Wenn sogar jetzt, äh, Roboter schon die Debrich-Schiene abziehen. Läuft die da rum, oder? Ding ist ja die Wa... So, was ist denn das jetzt? Hä? Kein Plan. Warum bin ich... Warum wurde ich vorhin erschreckt von Roxy? Muss ich das verstehen? Ich glaub nicht. Boah, es leckt. Hier komm ich rein, oder? Da waren wir ganz am Anfang, glaub ich. Ja. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Hm. So. Äh, ich muss wahrscheinlich irgendwie durch den Untergrund oder irgendwie durch... Was weiß ich, wie... Ist das der Aufzug? Ja. Ist das der Aufzug. Ich glaub jetzt auch... Ich speicher mal kurz. Hm. Ich weiß halt... So gar nicht... Wie ich da hinkomm. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Da war ich noch nicht, oder? Komm jetzt gleich der Musik-Typ wieder. Ah. Verstehe. Ich muss durch den Lüftungsschacht gehen. Und dann zu... Chica wahrscheinlich. Das war eine Möglichkeit, weil ich kann ja nicht durch die Tür gehen, weil mir dafür diese Sicherheitsstufe fehlt. Gut, das hört sich an wie so ein Fehler, ey. Oh fuck, es geht los. Oh nee, ey. Er kommt. Und... Renn! Boah, ich bin richtig... Oha. Da kann ich glaube ich rein. Und hier ist wahrscheinlich dann die Sapati-Post drin. Freddy, ich habe die Sapati-Post gefunden. Gut gemacht. Nice. Oh crap, ist das eine schreckliche Möhnungsschacht? Gib den Sapati-Post im Bereich des Pizza-Plex freizuschalten. Halte einfach so eine kasse Sch... Schaut mal. Schaut mal, find eine Recharge-Station. Du solltest sie auf der Map sehen können. Ich muss wohl eine Station finden. Na gut. Ich gelange zur Ladestation. Bin ich! Hä? Gregory, dieser Party-Pass ist sehr speziell. Hier raus, wie du Monty aus dem Betrieb setzen kannst. However, it can only be used once. Great. Okay, genau. Just give it to a Party-Bot. They usually stay in front of the Attractions collecting Party-Pass. If you have one, it will let you in. I have marked both locations on your map. Ich komme nicht weiter. Das ist erde auf meiner Karte, beide Locations markiert. Wo? Alter, was hast du markiert? Ich sehe hier nichts markiert. Ich gehe mal kurz zu ihm rein nochmal und lade mich nochmal voll. Geht natürlich nicht. Doch, hier irgendwo, ne? Ich lade mich mal kurz voll. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich bin ein bisschen se... Jetzt bin ich... Okay, ich bin wieder voll. 4 Uhr. Okay. Also, ich habe gerade nichts gesehen, dass du mir irgendwas markiert hast, Digi, ne? Und ich muss gucken, wie ich Monty außer Betrieb bekomme. Das ist Roxy. Hier ist Monty. Aber... Ja. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Bin mir unsicher. Bin ich hier richtig? Da ist eine Ladestation, da ist eine Ladestation. Aber... Oh Gott, was habe ich denn alles? Okay, ich muss einfach jeden versuchen außer Betrieb zu setzen. Boah, das wird ja lustig, ey. Das wird ja richtig funny. Aber was kriegt man hin? Wir kriegen es hin. Bin falsch gelaufen, hier waren wir vorhin schon. Ich hoffe, das ist richtig, dass wir hier rumgehen. Ich probiere es einfach mal aus. Aber hier, ich kann mich hier nicht dran erinnern. Ich kann mich zumindest auch nicht an die Lecks erinnern. Das ist neu, da waren wir noch nicht. Dann müsste es ja eigentlich Pizza. Bin ich hier im Pizzaplex? Moin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, es lädt halt auch gar nichts. Danke. So. Äh. Ja. Sind wir hier? Äh. Finde heraus, wie du Moni- Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht-Sucht. Mit dem Partypass die Face-Camera in Monty Gold finden. Mit dem Partypass den Zugang zu Face-Blast öffnen. Ja. Problem an der Sache. Ich muss mich irgendwie laden. Ja. Freddy, äh, ich muss dich ja mal gehen lassen, weil sonst schlägst du mich zusammen. Hätte ich ungern. Warte mal, hier ist dieser Blast. Äh. Das Ding ist halt. Da hinten ist eine Speicherstation. Ich würde eigentlich schon ganz gerne speichern. Ja, 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 mach ich auch. Ich speichere mal ganz kurz ein, um sicher zu gehen, weil... Ach, da geht's doch schon wieder los. Hallo, Speicher. Schluck Kaffee! Kann ich dir helfen? Ich kann dir helfen. Nein, so rum. Und dieser Blast war hier. Ne? Faser Blast. Da komm ich doch rein. Ne, ich muss das Zugang zu Faser Blast öffnen. Ja. Weiß halt nur nicht, wo der Eingang hier ist. Hier hinten. Ja, hier. Da ist Faser Blast. Ja. Und die Bolt, der will jetzt so einen Partypass haben. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Das sieht cool aus. Ich verstehe es halt nicht. Manchmal läuft das Spiel so richtig krass flüssig und dann wird er richtig schlecht. Mann, das ist echt schade. Das macht so viel kaputt. Ehe. Ehe. Drücke Ehe. Danke. Das Problem ist halt, jetzt habe ich kein Partypass mehr. Aber ich... Ja. Ja. Ja, was will ich machen? Ich muss gucken, wie ich die außer Betrieb setzen kann. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich die mit irgendwas wohin locken, dass ich die dann mit diesem Computersystem aus herunterfahren kann oder so. Wäre jetzt das Einzige, was ich irgendwie in Erinnerung hätte. Was ist denn jetzt los? Neue Musik? Okay. Taschenlampe laden, weil mach ich ja zu selten. Speichern, weil mach ich ja zu selten. In dem Spiel muss man halt einfach immer speichern. Weil egal was man macht. Es ist irgendwie, wenn man einmal einen Chumps gehabt bekommt, ist es halt vorbei. Das ist bestimmt eine Toilette, oder? Das ist ja richtig gut, so eine kleine Spielhalle. Fazer League. Ja, das ist eine Umkleide. Aber hier ist nichts, ne? Oder ist es denn ja irgendwie Geschenke? Ne, nichts. Sehr ruhig ist es hier. Und hier sind die Männer. Zum Pinkeln. Da ist was, das nehm ich gleich. Ja, okay. Mal gucken, was hier drin ist. Schlüsselanhänger. Ja gut, von mir aus. Das haben wir, äh... Durchgeschaut. Ich wette, hier geht's weiter. Wie ne, redest du nicht. Ich bin hier, um dir zu erzählen, wie du spielst. Fazer Blast. Es gibt zwei Regeln, die du musst auf alle Zeiten folgen. Rule Nummer 1. Das ist egal. Okay, ich brauche keine Erklärung. Ich nehm's grüne Beine. Yeah. Mit dem Fazer Blast drücken. Zum Zappen und Betäuben der Bots. Zum Zappen? Das ist ein Zappen. Okay, eins und zwei zum Wechsel der Gegenstände. Okay. Ach, ich muss... Ich muss, äh, ein Minispiel abschließen. Du bist auf der Orange-Team. Soldier, reporte auf die Orange-Volume. Naja, mach ich. Bin orange. Aber die hat vorhin nicht gesagt, nicht rennen, ne? Habe ich so ein bisschen mitbekommen. Das ist eine Regel. Okay, bin ich ja gespannt. Vielleicht kriege ich da nochmal so ein Party-Pizza-Ding. Was muss ich denn machen? Was, ob die hier auch ist? Du hast die Flagge getötet. Zeit, um zu schützen. Ich muss sich... ...die Flagge beschützen. Okay. Kann ich nachladen? Wow, five in a row, man. Yes. Und was ist das? Oh. Okay, jetzt muss ich zur nächsten Station gehen. Hier wahrscheinlich, ne? Okay. Ich will hier mal ganz kurz... Da war ich ja gerade. Der ist... ...bisschen broke. Dann... Das Grüne hatte ich jetzt, ne? Was macht die denn hier? Okay. Blaster Return? Nee. Ich will ja... Ich muss ja noch ein bisschen was machen. Ich habe ja noch eine Aufgabe vor mir. Aber ist hier auf dem Stockwerk noch was? Ja, hier. Komm an! Ich komme aber nur von... Äh, ist eine Tür. Nice. Äh, ich bin richtig gut, äh. Das habe ich's, ne? Hä? Hä? Sie haben so gl poetry und für ihn geschenkt, um zu fahren. Oh, Spías-Gabett! Was ist das hier? Oh! Äh. Äh... Äh, ein Gerchen. Altes Prost, sehr gut. Damit kann ich halt auch nichts machen. Hauptsache, man hat's, ne? Mh, läuft. Okay, gut. Äh, eine Mission haben wir noch. Deswegen mal so ein bisschen funny. wenn sie das aber jetzt noch irgendwie raus zögern dann wird es halt auch nicht mehr so cool als halt wenigstens noch bisschen bisschen lustig und man hat auch mal ein erfolgserlebnis anstatt durchgehend sich zu verstecken ich glaube ich gehe mal hier hoch habe ich hier irgendwas die nervt so ne hier müsste noch was an hier war ich noch gar nicht ja was war denn das gerade ach so zu verstecken ne doch da war ich schon aber die ist irgendwo sie hinter mir ich lauf mal weil ich hab boah alter äh ja ich suche halt gerade so leicht zu winden hier ist so der hauptbereich ich weiß aber ich habe jetzt besseres zu tun akzeptiere das irgendwo muss doch diese letzte flagge sein hier war ich schon ne hier war ich vorhin ja im roten war ich und oben da bist du alter nur die nerven folgt die mir ja hab's gefunden nein Peter hat sie mich nicht gesehen, ey. Wo ist die denn hin? Ich bin hier. Ach, sieht man gar nicht. Doch, hier. Oh, dankeschön. Nee. Warum ist das so laut? Geh mal weg. Weil die direkt neben mir ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass mich dieser... Sie ist halt da direkt. Ich hoffe nicht, dass das jetzt... Ich habe die Flasche. Ich habe die Flasche. Okay. Nice! Riech ich auch ein Feuer, aber nicht. Yo, Five in the Road. Das müsste es gewesen sein. Leck, richtig. Okay. 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 hier? Ne. Wo ist denn der? Krieg ich den jetzt mit nach Hause? Schießt der mit so einem Laser rum. Ich brauch mal was. Ich hatte den doch vorhin gefunden, ne? Da war irgendwo unten. War da nicht. Hier auch nicht. Hier. Superstar. Du hast den Faserblaster gewonnen. Jetzt, geh' deinen Preis aus der Superstar Lounge. Okay. Ab geht's Superstar oder Rockstar oder was auch immer. Na gut. Das war lustig. Das war nicht zu schwer. Das war wirklich mal Erfolgserlebnis. Nicht so wie in der letzten Folge. Oh, ich krieg' wirklich nen Blaster. Cool. Hey, und jetzt muss ich hier rum wahrscheinlich. Ich warte nur bis wieder diese Musikkacke hinter mir kommt, ne? Okay. Okay. Ah, ich muss gar nicht springen, ne? Ja. Ähm, okay. Kann ich so die vielleicht ausschalten? Ah, jetzt muss ich mit dem Party Pass die Face-Camera in Monty Golf finden. Was ist denn hier? Ich kann den nicht draufdrücken. Ich kann ihn... Ach, das läuft wieder richtig gutes Spiel. Ich kann aber auch gar nichts grad anklicken. Hallo. Dürfte ich mal ein bisschen... Ach komm. Ah, doch wirklich. Würde dieses Spiel gut laufen. Wär irgendwas falsch. Vielleicht kommt auch wieder dieser Musiktyp, ne? Ich kann's mir nur vorstellen. Das ist doch sein... Toratorium. Teratorium. Tata. Freddy! Diese Rappet-Ladie ist in einem secreten Raum über Phaserblast. Es sieht aus wie eine Hustung. Ich glaube, ihr Name ist... Vanny? Vanny. Hm. Es ist sehr ähnlich zu dir, Vanessa. Und auch... Bunny. Das kann nicht eine Coincidence sein. Stimmt. Vanessa und... Bunny. Wohnt die hier? Ein langer Weg. Was? Hier wird irgendwas passieren. Ich werd verfolgt. Irgendwas kommt vor mir. Irgendwas passiert hier. Was ist, kommt was vor mir? Und ich muss mich dann da hinten verstecken. Es kann... Es ist zu lang. Irgendwas passiert hier. Oder nicht? Ist ja cool, würd ich jetzt nach hinten gucken. Das wär am... Vanny wär am Fenster. Hier ist ja gar nichts. Jetzt sind wir wieder zurück. Okay. Ich seh überhaupt irgendwas. Bin ich dumm? Da... Da... Da konnte ich ja grad nicht... L... Nicht lang. Ne. Suizid kann ich auch nicht begehen. Ist schonmal gut. Ist ja kindersicher. Hier. Okay, dann muss ich irgendwie anders... Oder nicht mit dem... Äh... Lüftschacht. Lüftungsschacht. Irgendwas wird hier noch passieren. Irgendwas. Safe. Es wird nicht einfach so gehen. Nein. Sicher nicht. Wär ja zu leicht. Dann ist hier ja gar nichts. Oder muss ich hier lang? Ne, hier ist ja auch nichts. Muss ich wieder zurück? Bin verwirrt. Okay, ich geh mal zurück. Jetzt muss ich da ja auch gar nicht sein. Daher kam ich. Hier ist kein Eingang. Ach, da geht's zu Fazerblast wieder. Exit, Ausgang, okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir... Vennys, äh... Platz gefunden, wo die... sich ein Bunkert. Good job, Superstar. Du hast den Fazerblaster. Aber... du musst deinen Partypass nutzen. Wenn du das Security Office findest, ich bin sicher, dass du etwas findest, das dir helfen wird. Okay. Dann speicher ich erstmal. Kennst du ja nicht anders. Speicher. So, wir haben den Fazerblast gefunden. Jetzt müssen wir zum Security Office und wahrscheinlich noch so ein Party Ding holen, dass wir ja die Kamera noch holen können. Aber ich hoffe, euch hat das ganze gefallen. So, wir lassen gerne einen Daumen nach oben da, ein Like, ein Abo, ein alles was ihr habt. Wir sind uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.